Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Sonic 3. Na ja, und jetzt spielen wir den Sennepulis. So, jetzt muss ich aufpassen, genau hinkommen. Da hat man sich so schön nach oben gearbeitet. Ja, und dann gehen wir den Sennepulis. Hier unten müsste ein Mega-Ring sein! Welche Zoll kommt danach, Lava Reef? Lava Reef? Lava Reef? Lava Reef? Lava Reef? Also so einen Kohlen Sand hätte ich auch gerne. Das war aber ganz schön knapp, mein Taillischen. So, tschüss. So eine Stufe, die ich mit der Kugel habe. Und das sind die Hände, die ich anstrengere. So eine Stufe, die ich mit der Kugel habe, und die ich mit dem Kugel habe. So ein paar Reiseitektoren. So ein paar Reiseitektoren. So ein paar Reiseitektoren nicht wieder. So ein paar Reiseitektoren. So ein paar Reiseitektoren würde ich noch gerne. Das war's für heute. Ich ... ich dachte gerade, ich sterbe. Komm her. So. Ah, Mateo. Kann dich nicht mitfreuen. Oh, ja. ... 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 Oh, boah! Wer das jetzt ist? Boah, ich dachte, sie muss jetzt sterben. Nein! Ist da unten kein Super Ring? Es werde nicht! So... Jetzt! Oh, hier war ein Super Ring! gatherrai! Oh, hier ist die Grenzen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist wie manchmal Frame-Einbrüche. Jetzt fangen du dich auch schon an. Jetzt fangen du dich auch an, Sonic. Es reicht schon, dass es in GTA 5 und... ...M-SIMS 4, das schon viel hängt. Es reicht schon. Ich fange einfach nicht. Ich stehe in Achtung. Und wie das? Mit den ganzen Sankritten... ...Sankritten... ...Sankritten... ...Hallo kriege ich nur Schaden? Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Ansehen, dass auch gerne eine positive Bewertung da ist. Und wir sehen uns, der Lama-Rish-Zombie-Standard, ciao!